Ah ja. Okay, Mission 567. Ramesses. Ramesses Head. Hafenbereich. Cal Seti. Tödliche Fracht. Hintergrund. Rix Medin hat uns berechtet, dass der Leiter der Dark Trooper Projekts ein General namens Rom Morg ist. Vielleicht kennst du ihn aus der Zeit, als du noch dem Imperium dientest. Als suchtekoreter Soldat aus dem Klonkriegen wurde er sehr prominent, als der Imperator an die Macht kam. Er war einer der wenigen Generäle, die gegen die Erbauung des Todessterns stimmten, weil er keiner Technologie vertraut, die den Soldaten vom direkten Kampf mit dem Gegner trennt. Er ist absolut besessen von der Ehre des Soldaten im Kampf Mann gegen Mann. Medin erzählte weiterhin, dass das Dark Trooper Projekt aus drei Phasen besteht. Die erste Phase sind die Chromas-Minen, die du so erfolgreich sprengen konntest. Dort wurde das Metall-Freak gefördert, das für die neue Legierung benötigt wird. Die fertige Legierung wird dann zu einer vollautomatischen Fabrik transportiert, wo sie speziell behandelt und geformt wird. Danach wird sie zu einem Spezialkreuzer der Arkheimer gebracht. Dort werden sie dann die Dark Trooper zusammengesetzt. Der Standort der Fabrik und der Arkheimer ist noch unbekannt. Mission? Sein nächstes Ziel ist es, die Fabrik zu finden und zu zerstören. General Mock hat die Hilfe eines Unterweltkönigs angenommen, der uns zur Zeit noch unbekannt ist. Dieser Unterweltkönig ist, sollte er, glaube ich, bekannt sein. Dieser Unterweltkönig versorgt Mock mit Schmugglern, die dann die Rohmateriellen an die verschiedenen Fabriken liefern. Medin konnte vor seiner Gefangennahme eine der Roten ausmachen, die die Schmuggler benutzen. Sie bringen auf der Ramsey's Head, einem Raumhafen auf dem Planeten Carl Settie. Wenn du einen Peilsender im Antriebsbereich am Heck des Schmugglerschiffs anbringst, sollte es direkt zur Fabrik führen. Besonders Ziel, bringe den Peilsender am Heck des Schmugglerschiffs an. Man hat wieder drei Leben. Das heißt, man hat jedes Mal drei Leben. Das heißt, man hat jedes Mal vier Leben. Er Hypnosis undieste größer Arbeit. Er exit total und er painst. jetzt hier ein wort aber nein 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 warte mal, ich speichere mal hier da sind die Codes, da sind doch die Dinger drauf, ich bin so ein Drottel, Mann du, ich dachte, das wäre irgendwas, das wäre die Codekarte einfach so mit einem Muster drauf, dass das die Codes sind dafür, oh fucking hell, Mann vorhin war ich in dem Ding drin, hab gesehen, ah ja, ich hab die Codekarten, ja, aber ich hab nicht drauf geachtet, dass das die Zeichen sind hätte Zeit sparen können, ja, ein bisschen oh, nein, Mann, Jesus Christ, oh, snap was ist hier los, wow okay ach, die Dudes oh Gott, hier will ich nicht stehen weit weg von denen wow hier sieht man halt auch nicht die dummen Dinger okay okay, die Fässer hier können explodieren, gut zu wissen und jetzt und jetzt well was bringt mir das alles die Sesse verwirrt oh, hier draußen geht auch was ne, hier draußen geht nichts da kommt doch nochmal da rum da war ich schon da war ich schon aber wenn ich mich halt auch nicht sieht wo geht's hier weiter wo geht's hier weiter warte hier ne ich kann's da, ich kann's da zumachen, aber hab ich auch nichts gewonnen what alter, wollte mich verarschen hier 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 wo Ich bin verwirrt. Was? Ich bin nicht bewugt? No. Wait, was mach ich jetzt? Die ganzen Scheiß nochmal machen. Diesmal habe ich sie gesehen. Diesmal habe ich sie gesehen. Wow. Und jetzt? Spring ich runter? Es bleibt mir übrig. Ey, die sind absolut dördliche Dudes. Natürlich! Oh, für die andere Waffen. Baller mal mit der auf den Gegner. Guck was passiert. Vielleicht ist die Waffe ja besser. Die hat auf jeden Fall eine Shotgun-Funktion. Secret. Ah. Warte, hier geht's weiter. Das wäre legit. Holy crap! Die schmelzt ja einfach weg, man. Heftig. Was? Was? Ach komm schon! Nee, warte mal. Es war keine Miene. Eine Miene der Märsche angemacht. Was war das? Explodieren die kleinen Droiden, wenn man auf sie tritt? Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Alter Schwede. Wie soll ich die denn sehen, wenn die um die Ecke liegen, hä? Ich mach's ganz ehrlich. Das erfällt. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Oh, vielleicht kann ich mich ja wenn ich ducke Spannende Musik Und vielleicht kann ich ja wenn ich ducke auf die Minen schießen Roten Schlüssel, sehr schön Aber ich brauche einen blauen Musik Man muss sogar nach oben zielen manchmal Ja 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 Nochmal Ja 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 Wie Ja 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 blaue Tür ist. Wo war die blaue Tür? Wie war das denn? Oh, ganz am Anfang. Im Frachtbereich, oder? Oh, boah. Das ist komplett zurück. Äh, das ist ja eklig. Wenn ich nicht so, wie ich richtig laufe. Nein, da lang muss ich laufen. Aber hier komme ich gar nicht mehr zurück. Ich bin da runtergesprungen. Wie machen wir das denn erst? Ja, ich bin da. Da muss ich irgendwo hin. Oh nein, hier war es. 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 So, wie viele Missionen gibt es, habe ich gesagt? Oh nein, hier war es. Oh nein, hier war es. Hinten werden die bestimmt noch ein bisschen länger, das heißt, wenn ich noch eine Mission mache, wird das passen. Mission 8. Vollautomatische Fabrik. Oh nein, hier war es. Oh nein, hier war es. Oh, wir müssen mal wieder zurückkehren. Oh nein, hier war es. 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 Oh nein, hier. Oh nein, hier mal w 관련essentiale. Oh, oh nein, hier war es. Oh nein, hier mal zurückkommen. Das Ich schieße die anderen auf mich und ich weiß nicht mehr von wo. Da ist doch ein Weg. Der sieht doch ganz gut aus. Harte Eis-Physik. Aber so richtig harte Eis-Physik. Können wir überhaupt nicht campen. Oh! Secret? Secret? Wollen wir denn sagen wo es lang geht? Ah, hier. Hier sieht doch ganz brauchbar aus. Mehr Secret. Gut. Ultimate Secret. Bring mir nichts. Hm. Ja, komm mal rein. Ja, da kann man nur runterhüpfen. Hm. Gut. Wie komme ich hier rein? In die Basis. Ich muss auch was. Ich muss doch hier runter. Super. Nur super langsam. Nein, ist nur dazu da, um wieder nach oben zu kommen. Als man runterfällt. Oh Gott. Oh Gott, das wird nicht. Vielleicht machen wir doch noch nicht die Mission noch fertig. Hier war ich noch nicht drin. Hier war ich noch nicht drin. Aber hier ist auch nichts. Ah, bin ich blind? Hier habe ich gestartet. Im Level. Hier habe ich gestartet. Mal. Wo ist du denn her? Das ist strange. Die Minimap bringt mich, ich sehe die Minimap so schlecht, weil das Farbschema von der Welt hat wenig Kontrast auf der Minimap. Und auch die Minimap bringt mir nichts mit so viel... ...erschränkten wegen. Fuuuck. Da oben ist einer, aber das ist primär nichts. Ist doch scheiße, Mann. Ich bin super vor mir schon wieder. Bär biii. Ich bin super vor mir schon wieder. Was? Ja. Wait a minute. Hä, ist keine Eisphysik mehr plötzlich? Das sieht so aus, als würde es um die Ecke gehen, aber nicht Gameplay-technisch. Diese Ecken hier verstehe ich nicht, hier ist einfach gar nichts. Sind ja Fake-Wände irgendwo zwischendrin. Die Ecke gehen! Okay. Es ist so knapp, dass ich hoch springen könnte. Ein Förderband da oben? Sieht so aus. Da ist definitiv der Eingang von dem Laden, aber... Ah, ich habe Schuhe gefunden, deswegen rutsche ich nicht mehr. Wahrscheinlich in dem Geheimnis steckt er hinten. Das ist ja cool, ich bin schon gewundert. Ich, ich bin... Weiß nicht mal, wie ich ins Level reinkomme. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, hier, meine Munition 404, so sieht's aus. Keine Ahnung, was aber geht. Warte mal, da ist noch einer. Kann ich auch nicht durch. Ist wieder irgendwas Dummes, Einfaches und ich komm nicht drauf. So was Dummes, Einfaches, nein. Oh! 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 Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Konsultiere wieder die komplette Lösung. Hey, Jugi, guten Abend. Moment. Moment. Jetzt, wie steht's? Schon wieder einer. Na? Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Hm. Verdammt, Magie hier. Ich geh durch. Ah, bin ich... Ich lese die komplette Lösung und ich komm trotzdem nicht klar drauf. Und hier los. Keep going until we get to the waterfall and enter the passage behind it. Pick up the ladder and go to the stairs and come into the stream. Hä? Hä? Du, der blaue Schlüssel liegt da scheinbar irgendwo rum einfach nur. Ein Wasserfall bei minus 36, minus 2, 200. Trink mir noch nichts, weil ich keine Qualitäten hab. Oh, da steht auch. Und enter the passage behind it. Ist der einzige Wasserfall, wo man hinten dran gehen kann. Oh mein fucking Gott. Gut, ich bin ja eine Viertelstunde rumgerannt. Puh, das war erbärmlich mal wieder von mir. Ja? Aber gut. Ich mach die Dinger nicht kaputt. Oh, vielleicht muss ich sie kaputt machen. Nope, muss ich nicht. Nein. Yay. Oh nein. Oh nein. Und drin sind wir. Jetzt geht's rund. Und. Und dann besteht. Da haben wir so eine Presse. So ist die Tüße voll wieder zugegangen. Was soll das denn? Was ist das denn da unten? Ist das kurz? Schaut sie? Sieht gar nicht gut aus. Oh. Ah. Okay. Ich hätte keine Wahl. Und ich muss das Gefühl, wenn ich gegen die Geschütze Schieß, verliere ich mehr Leben Hier abzuschießen Als wenn ich einfach versucht hätte Möglichst schnell Alter, ist das dein Ernst? Ich kann hier einfach rein Gees Roter Schlüssel benötigt Man Und jetzt? Ist ja aufgegangen Oh Gott Was? Was ist das? What? Ich muss speichern Ich habe Angst, dass irgendwas gerade passiert Jetzt passiert, dass ich sterbe Das zum Beispiel Oh, okay Was soll das? Was ist das so gedacht? Ist das so gedacht? Ja, warte mal Das macht gar keinen Sinn Dann komme ich auch nur hier rein Jetzt kann ich nicht drücken Jetzt kann ich das nicht drücken Jetzt kann ich das nicht drücken Wenn ich runterhüpfen bin, tötet mich Das muss ich dann tun Na, 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 lad das Ding. Was kann das sein? Was soll ich tun? Ich bin verwirrt. Was muss ich tun? Ich bin auch nicht mehr zurück. Ach, Schmonz hier. Oh, ich hab's überlebt. Vollständige Heilung. Oh, aber hier unten ist es zu heiß. Oh, ich will hier leben. Oh, no. Soll ich das machen? Ach, ich muss hier rauchen, die Gasmaske. Wait. Hab ich eine? Ich hab ne Atemmaske. Gut. Atemmaske an. Ich muss nur einen Weg finden, da runterzupfen, ohne zu sterben. Okay, jetzt kann ich. Juhu. Erste Ladung scharf gemacht. Juhu. So ist es auch ganz einfach. Oh, hier wieder raus. Ja. Ja. Okay, es war einer. Ah, da. Wow, der kam überraschend. Warte mal, ich brauch Gasmasken nicht mehr. Wow. Hallo? Das ist Bullshit. Dude. Was ein Rotzmist. Hab ich es geschafft? Nee. Muss man am Ende noch so ne Scheiß Ding überspringen. Ich hätte auch speichern sollen, ich tu auf den Kopf. Und ich muss es schaffen, noch runter zu springen, ohne zu sterben. Was hätten wir ins Bett gehen können? Ohne fast. Okay. Alle laden, ich hab's gemacht. Gut gemacht. Langst du den Einwürfel sprengen. Alle brauchen auf meinem Geschmack. Okay. Okay. Das sieht ja gar nichts aus. Jetzt schaffen wir's natürlich. So. Wupp. 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 Mission 9 geht's weiter. Was machen wir denn aber beim nächsten Mal? Mensch und Kinder, die levelten ja auch teilweise naja vielleicht wird es besser, wenn wir endlich Spiele spielen können, wo wir uns frei durch die Gegend gucken können vielleicht wird es dann besser mit dem Level-Design